Herzlich Willkommen bei Quality Analysis. Ich bin ein Ansprechpartner im Vertrieb und freue mich Ihnen den Bereich industrielle Computertomographie vorstellen zu dürfen. Wir sind ein nach DIN 17.025 akkreditiertes und unabhängiges Prüflabor. Alle unsere Abläufe verlaufen hier normenkonform. Bei Quality Analysis haben wir Zugangsberechtigungen zu unseren einzelnen Fachbereichen sowie weitere Zugangsberechtigungen zu unseren akkreditierten Bereichen. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb und den einzelnen Bereichen wie auch die kurzen Kommunikationswege führen zu einer optimalen Angebotserstellung und Auftragsdurchführung bei uns im Hause. Herzlich Willkommen im Fachbereich der industriellen Computertomographie. Hier blicken wir in das Innere der Bauteile. Komplexe Geometrien können wir hier zerstörungsfrei untersuchen. Wir bei Quality Analysis verfügen über einen umfangreichen Maschinenpark, welcher das gesamte Spektrum von 2D-Röntgen bis zur 3D-Computertomographie umfasst. Zudem profitieren Sie bei uns von der fundierten Erfahrung und dem Fachwissen unserer Experten. Dadurch sind wir in der Lage vom kleinsten Bauteil, z.B. Glasfasern im Mühbereich, bis zu großen Bauteilen wie V12-Zylinderblöcken alles abzudecken. Je nach erforderlicher Auflösung, Bauteilgröße, Material und Dichte, wählen wir für Sie die passende Maschine und Analysemethode aus. Um eine Rückführbarkeit unserer Analysen und Messungen zu gewährleisten, haben wir verschiedene Kalibriernormale, wie z.B. den 27-Kugler. Nach der Fertigung einer entsprechenden Vorrichtung kommt das Bauteil mit der Vorrichtung in die Maschine und die CT kann gestartet werden. Sobald die CT abgeschlossen ist, stehen die Rohdaten sofort für die Datenaufbereitung und die nachfolgende Auswertung bereit. In unserem hochmodernen Auswertungsraum, ausgestattet mit leistungsstarken Rechnern und modernsten Softwares sowie Glasfaserleitungen zu den Servern, führen wir die auftragsspezifischen Analysen und Auswertungen durch. Mögliche Analysen sind messtechnische Auswertungen, wie z.B. Serienbegleitung und Erstmusterprüfberichte, soll Ist-Vergleiche gegen CAD- oder Ist-Ist-Vergleiche gegen ein Referenzbauteil und Wernstärkenanalysen. Durch diverse Defektanalysen können wir Aussagen treffen zu Rissen, Poren, Lunkern und verschiedenen Arten von Einschlüssen. Unterschiedliche Schadensanalysen und Montagekontrollen runden unser Portfolio ab. Die Ergebnisse werden von unseren Experten so dokumentiert und aufbereitet, sodass Sie die richtigen Schlüsse für Ihre Qualitätssicherung sowie einen Mehrwert für Ihre Bauteile ziehen können. Gerne beraten wir und begleiten Sie per Webmeeting, Fernsupport und persönlich vor Ort. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen umfassenden Einblick bieten. Gerne können Sie uns bei offenen Fragen kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Ihr Anliegen zu klären. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.